Was ist Fundamentalismus? Fundamentalismus ist der unerschütterliche Glaube an ein festes Fundament, daher der Begriff. Fundamentalisten denken, XY ist absolut wahr. XY, das Fundament, kann dabei alles Mögliche sein. Bei religiösen Fundamentalisten mein Glaube, die Bibel, der heilige Koran, was mein Guru sagt. Bei politischen Fundamentalisten der freie Markt, der Führer hat immer recht, Marx hat immer recht. Bei Ernährungsfundamentalisten man muss Fleisch essen oder man darf nie Fleisch essen. Was ist das Attraktive am Fundamentalismus? Der Fundamentalismus schützt vor der Zumutung moderner Zeiten, mit Zweifeln leben zu müssen, selbst entscheiden zu müssen, selbst die Wahrheit finden zu müssen, den Sinn, Orientierung. Wichtig zu unterscheiden, es gibt harmlose Fundamentalisten. Apple ist besser als Windows, Dortmund ist besser als Bayern und es gibt gefährliche Fundamentalisten. Die glauben nicht nur, mein Fundament ist absolut wahr, sondern auch, wer das Fundament auch nur anzweifelt, ist ein Sünder, ein Vaterlandverräter, respektlos und so jemand sollte bestraft werden. Und es gibt sehr viel zwischen diesen beiden Extremen. Wichtigste Frage an Fundamentalisten, wie hältst du es mit den Menschenrechten? Selbstzügel! 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 Tutsalfit!